Die Sendung wurde live untertitelt. Und nimmt die Sache in die Hand. Wir werfen deine Pornohefte weg. Ich hab gar keine Sexheftchen. Komm einfach mit mir mit. Jetzt heißt es ein bisschen Party. Und, was machst du so? Ich bin Krankenschwester. Wow, du rettest Leben. Ich arbeite in einer Abtreibungsklinik. Ein bisschen Philosophie. Wenn du nicht bald zum Schuss kommst, kannst du an SÜD sterben, Alter. Was soll denn das bitte sein? Na, Samenüberdruck. Ein bisschen Gefahr. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Ich durfte gar nicht hier sein. Du hast echt einen hübschen Mund. Und jede Menge Sex. Oh, Jack. Das ist der Hammer. Heiliger, verrosteter Intimschmuck. Hier gibt's eine Menge scharfer Weiber. Und alle sind deprimiert und in tiefer Trauer. Das ist eine Kirche. Ist dir denn eigentlich gar nichts heilig? Shalom. Sieh sie dir an. Ich hätte die Macht kann mal so trauen, wieder runterzukommen. Bleiben Sie ganz locker. Wenn es so heftig zugeht, dann wird es ein verschärftes, verschärftes Wochenende. Chris Klein, Brandon Fair in Mein verschärftes Wochenende. Ich habe das, was ich nicht so heilig bin. Ich habe das, was ich nicht so heilig bin. Ich habe das, was ich nicht so heilig bin. Ich habe das, was ich nicht so heilig bin. Vielen Dank.